Steve, hast du heute auf der linken Seite angefangen? Die Abwehr war neu formiert, trotzdem standen wir in der Abwehr ganz gut. Oder wie hast du das gesehen? Ja, es ist immer wichtig, die Defensive zu erstehen in jedem Spiel, in jedem Wettbewerb. Und das ist uns heute über 90 Minuten gelungen. Da freuen wir uns. Jetzt werden wir daran arbeiten, unter die Woche oder jetzt die nächsten zwei Tage, ein bisschen mehr Torgefahr auszustrahlen. Und das hat uns heute gefällt und müssen wir am Sonntag ändern. Wir haben auf der Tribüne den letzten finalen Pass vermisst. Hast du das auch so unten gesehen? Letzte Chance vor dem Tor, kam nicht wirklich an der Pass? Naja, das ist sehr leicht zu sagen von oben. Wenn man das Tor nicht macht, dann sagt man immer der letzte Pass, letzte Pass. Wenn man 1-0 gewinnt, sind trotzdem viele letzte Pässe nicht angekommen. Von daher, wir gewinnen und verlieren zusammen und wir müssen gucken, dass wir, wie gesagt, mehr Torgefahr sorgen am Sonntag und dann wird alles besser. Und da hoffen wir natürlich auf einen Sieg gegen den amtierenden deutschen Meisters. Das ist es, Stevie. Vielen Dank.